Ich kann den... Achso, warte mal, dann... Oh Gott, hier, pass mal auf jetzt, zack. So, und jetzt ausschalten. Und BAM in your face! Yes! Okay, Schlägerei incoming. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, yes, baby! Get down! Und Bein brechen. Boah, holy crap, habt ihr das gesehen? Das solltest du einem Arzt untersuchen lassen, Kumpel. So, Freunde, und damit willkommen zu einem neuen, hammermäßigen Let's Play hier auf dem Kanal. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Wir ziehen uns heute gemeinsam Batman Arkham Shadows rein. Ein absoluter Banger-Titel, auf den wir uns, glaube ich, alle schon lange sehr freuen. Und jetzt ist es soweit, das Spiel ist draußen. Und wir springen jetzt direkt rein und legen los mit der Story. Deswegen lasst uns gar nicht groß zum Rumreden. Auf geht's! Und da wären wir, Freunde. Batman Arkham Shadows. Wir sind das erste Mal im Game. Wie geil ist das bitte? Ich habe richtig Bock, direkt loszulegen. Aber irgendwie scheinen wir nicht Batman zu sein. Okay, keine Ahnung. Komm, wir stürzen uns einfach mal rein. Das ist jetzt eh jetzt hier wahrscheinlich Stuttural, die ersten Meter. Im Radio läuft eine harte Debatte über Straßenkriege. Und über Ratten. Okay, warte mal. Alles klar. Wir sind definitiv nicht Batman, Freunde. Schön, dass ihr draußen mit dabei seid zu diesem abgefahrenen Let's Play. Ich kann mich mal wieder rasieren. Oder was meint ihr? Schnäuzer oder Vollbad? Okay. Abgefucktes Bad. Okay, wie gesagt, irgendeine heruntergekommene Bude. Leute. Und das dürfte Gotham sein. Komm ich hier raus? Ja. Nice. Okay, wow. Das war smooth. Oh, geiler Scheiß. Ey, die Grafik sieht so nice aus. Und gebt euch das mal. Das ist einfach Standalone, Freunde. Okay, warte mal. Ducken. Okay, das sind die Polizei. Wir belauschen die gerade so ein bisschen. Okay, komm. Wenn wir gerade einen von den bösen Buben spielen, wovon ich ausgehe, dann sollten wir uns nicht erwischen lassen. Oh, nice. Guck mal, wie smooth wir hier die Leiter greifen. Sehr gut. Okay, zerstöre das Batsignal mit einem Molotov-Cocktail. Wir sind definitiv keiner von den Guten. Alles klar, Freunde. Damit willkommen zu einem explosiven Let's Play hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr da draußen mit dabei seid. Yes. Okay, oh Gott, da kommen die Cops. Oh no. Schnell. Shit. Oh Gott, das war's. Das war ein Gummigeschoss. Und da kommt Officer Gordon. Hutch und Pettit. Pass hier mal, grüß dich. Okay, wir werden direkt mal ins Gefängnis gesteckt. Es geht ja gut los. Boah, Freunde, ey, wie lange haben wir auf den Titel seit der Ankündigung gewartet? Das ist einfach zu crazy. Endlich geht's los. Früher an diesem Abend. Live von Gothamstraßen. Juli. Ach stimmt. Das Spiel findet ja am 4. Juli statt. Unabhängigkeits-Tag der Amis. Okay. Yes. Jetzt sind wir Batman, Leute. Oh my God. Okay, Zawirski System. Neues Ziel. Durchsuche die Kanalisation. Guck mal hier. Da ist unser Bad Boat. Wir haben hier mal ganz entspannt am Ufer angelegt. An den Docks. Leute, wir haben sogar die Schatten. Go Batman. Go Batman. Ist das nice. Ey, Hammer. Okay, komm. Oh, geil, Mann. Es sieht richtig gut aus, Freunde. Hammer. Okay, die Ratten haben die Position der Geiseln markiert. Jawohl, Sir. Schon erledigt. Okay, was ist das? Okay, warte mal. Wo sind wir jetzt? Karte. Alles klar. Menü. Rette die vermissten Officers. Durchsuche die Kanalisation. Da sind wir. Fortfahren, bewegen. Ah, guck mal hier. Geil. Ich kann die Karte so bewegen. Okay, warte mal. Kann ich auch rauszoomen? Ne, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. So. Okay, Moment. So, das heißt, wir starten hier und müssen hier irgendwie hin. Das heißt, man hat sogar so ein bisschen Open-World-Aspekt, könnte man sagen, wenn wir uns jetzt aussuchen können. Weil wenn ich hier sehe, wir können hier rechts lang, links lang. Geil. Wir haben so ein bisschen Handlungsspielraum. Okay. Verstanden. Vom letzten Checkpoint. Nein, warte mal. Hier, verlassen. Möchten Sie? Nein, möchte ich nicht. Wie komme ich denn? So. Okay, alles klar. Gotham West Wing Service Systems. Okay, vorwärts rennen. Okay, wir können rennen. Wuhu. Kumpel. Ah, guck mal, der Erste macht sich direkt aus dem Staub. Alles klar. Shit. Jetzt wissen sie auf jeden Fall alle, dass wir gekommen. Finde einen Weg zu den Geiseln. So, warte mal. Wir stehen jetzt hier an der Zweigung. Okay, ich dachte ja eigentlich, wir könnten hier rechts. Die Tür hat er aber gerade zugemacht. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch links übrig. Sei es drum. Ey, Leute, zieht euch mal diese Arme rein. Bizeps ist auch am Start. Zur Abwechslung mal. Okay, wir müssen da hoch. So, pass mal auf. Okay, wow. Geil, Mann. Der Enterhaken. Control Room. Hammer, Freunde. Das ist einfach Standalone. Das ist so krass. Ah, guck mal hier. Guck mal. Das sind so die Masken von den ganzen Rattengegnern. Ich suche nach dem Schacht. Den Schacht habe ich schon gefunden. Also generell, ich natürlich auch, habe damals Batman, die Serie, die Zeichentrickserie wohlgemerkt, komplett gesuchtet. Die gibt es auch noch aktuell auf Amazon Prime gerade kostenlos. Richtig nice. Also die wirklich alte Batman-Serie. Ich kenne nicht alle Gegner. Und ehrlicherweise kann ich mich auch nicht an den Red King erinnern. Deswegen ist das für mich quasi eine neue Erfahrung. Aber alle anderen, Harley Quinn, den Riddler, Killer Croc und wie sie alle heißen, die sagen mir natürlich was. Deswegen bin ich mal gespannt, wen wir noch alles hier treffen außer dem Red King. Ich meine, Harley wurde ja schon in den Trailern angekündigt. Und Scarecrow auch. Die hat man da schon gesehen. Oh Gott, einmal hier durch den Schacht. Okay, feste einmal drücken. Boah, wie geil. Also ich habe mich auch entschieden, ich werde das hier als komplettes Let's Play ganz entspannt durchzocken, Freunde. Wenn ihr Bock habt, jeden Tag eine Folge zu sehen, habt ihr jetzt einfach dranbleiben. Pumproom. Okay, ins Wasser wahrscheinlich eher nicht. So, hier, vorwärts. Zack, einmal hier ganz entspannt drüber. Ja, ist alles noch Torturial gerade, ist ja klar. Erstmal die Knöpfe kennenlernen. Die Ratten stinken übel. Übel als Gotham. Okay, runter. Hep. Schön auf die Matratzen, by the way. Direkt mal eine Pizza gönnen von Sal Maroni. Boah, ich will auch hier, komm mal, ich muss das nochmal ausprobieren. Guck mal, du machst einfach nur so, drückst A, zack. Und er zieht sich so hoch. Okay, gucken wir mal. Was haben wir denn hier alles? Bücher, the cops, the courts, the clink. Warte mal, ist das? The new face of justice, Ron Dance. Das müsste eigentlich Harvey, da steht's doch, Harvey Dent. Der, also quasi Harvey Dent alias Two-Face. Vote Dent, Harvey Dent. They will hear us now. Sie werden uns jetzt hören. Coming soon to Monarch Theater. Host in Reds. Reds. Wie gesagt, keine Ahnung, wer der Red King ist. Ich persönlich kenne ihn noch nicht aus den Filmen oder Serien von früher. Da können wir lang, da können wir lang. Komm, wir gucken nochmal auf die Karte. So, hier ist eine Sackgasse. Da kann ich nochmal rauszoomen. Ja, okay, wir sind auf jeden Fall noch auf dem richtigen Weg. Ich will natürlich einmal hier gucken, gibt's hier irgendwas Nices. Gotham Water Combine. Da ist auf jeden Fall eine Rattenstatue. Oh, fuck. Okay, alles klar. Der Dampf tut uns nicht gut. Warning, steht's auch. Pressure Value System. Okay, warte mal, dann ist das hier das erste Minigame. Okay, das wäre ja einfach gewesen, wenn es das jetzt war. Aber grünes Licht sieht gut aus. Ja. Oh. Komm zu Daddy. Okay, einfach zerstört direkt. Rattenkönigstator gefunden. Eine von 40. Warte mal. So, oh, die erste habe ich schon verpasst hier, oder was? Wenn das die zweite war. Shit. Okay, Rattenkönigstator Gotham. Hier sieht man auch noch mal, guck mal, Rattenbomben. Karte auf der geheime Orte angezeigt werden. Uralte Runen. Patiententonbänder. Echos. Boah, Alter, hier kannst du aber einiges finden. Rattenfunkgerät. Shit. Das haben wir wahrscheinlich im Apartment. Save schon verpasst. Oh Gott, da geht's auch gut los. Hier sehen wir alle Kategorien. Rattenfunkgeräte, Königsstatuen, Bomben. Ja, wie man hier oben sieht. Okay, Freunde, da müssen wir auf jeden Fall mehr die Augen offen halten. Ach, shit. Okay, warte mal. Dann müssen wir natürlich auch hier wieder... Ne, andersrum. So, jetzt. Jetzt kommen wir hier durch. Alles klar, ganz entspannt. Also, die Mechanik macht jetzt schon Bock, hier so durch die Gegend zu sliden, beziehungsweise zu swingen, beziehungsweise zu hooken. Okay, mit dem Umhang. Triggertasten. Und erst mal baden gehen. Okay, nutze die Triggertasten, um den Cape zu interagieren. Behalten, fortfahren. Greife den Umhang an beiden Seiten, hebe die Arme. Okay, wow. Geil. Habt ihr das gesehen? Nice sogar. Einfach hier rüber geglitten. Long live the Red King. Ah, warte mal. Ne, das ist nur einfach Deko. Wie gesagt, jetzt ist mein Entdeckersinn geweckt. Jetzt will ich auch die Collectibles alle einsammeln nach Möglichkeit. Vorwärts klicken, rennen. Okay, wir müssen da lagen, aber warte mal. Natürlich müssen wir auch einmal hier den Luftschacht abchecken. Raus und rüber. Aha. Propaganda. Das sieht aus wie so ein Minigame. Ey, dann haben sie hier auch wie in den Arkham-Spielen immer so Minigames eingebaut. Nice. Okay, warte mal. Ende der Durchsage. Erfolg freigeschaltet. Zerstöre den... Ach so, das war so ein Funkgerät. Aha, okay. Alles klar. Easy. Das kann ich. Gegenstände von Wänden reißen. Das kriegen wir hin. Guck mal, wie smooth, ey. Geiler Scheiß. Okay. Machen wir die Tür auf. Wir folgen dem König. Okay, hier ist nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich darüber aufs Leiden gleiten. Der Aufzug hat eine Notentriegelung. Nutze die Greifer, um mit deiner Ausrüstung zu interagieren. Okay, warte mal. Greif für den Batarang am Brustbereich. Okay, wow, geil. Yes. Freunde. Den gucken wir uns auch mal kurz im Licht an. Nice. So, jetzt pass mal auf. Und hepp. Und da kommt der Aufzug runter. Jetzt nur ein Greifhaken rüber. Geil, Mann. Und jetzt hier rüber sliden. Nein. Nein. Oh, shit. Ich muss quasi, ich muss, bevor ich gleite. So. Nicht erst in der Luft. So. Champ Storage. Ich rechne eigentlich die ganze Zeit damit, dass die ersten bösen Buben kommen und wir hier in eine Schlägerei geraten. Fledermaus arbeitet nicht gern. Aha. So viel dazu. Gossum und die Fledermaus vielleicht alle. So, Freunde. Jetzt geht es das erste Mal auf die Fresse. Kampfsimulation. Ah. Okay, wahrscheinlich. Okay, dann müssen wir doch erst mal kurz üben. Weil Simulation ist ja nicht der richtige Fight. Okay. Trainingsmodul 1. Und. Bam. 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 Aha. Geil, Mann. Wie will die wegklatschen. Ey. Yes. Give it to me. Komm. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Wer hat denn die beliebige Hand? Schläge. Ja, haben wir. So. Schwingerschläge sind handspezifisch. Okay. Dann müssen wir darauf achten, ob links oder rechts. Zack. 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 Okay, warte mal. Zack. Und bam, bam. Bam. Ich sag's euch. Das wird hier ein richtiger Workout. Stehen wir vor, da kommen 10 Gegner auf einmal. Dann müssen wir aber richtig am strugglen. Trainingsmodus 3 von 5. Ich stecke den Arm. Okay. Hä? Warte mal. Ich stecke den Arm einem Angriff entgegen, um zu kontern. Haben wir. Komm, komm. Yes, komm schon, komm schon. Zack. Nice. Den hätten wir. So, Trainingsmodus 4 von 5. Stecker den Arm geradeaus zur Seite. Nochmal. Okay, alles klar. Verstanden. Quasi, wenn das Symbol anzeigt. So, dann musst du direkt reagieren. Und links. Ah, shit. Moment. Jetzt. Hä? Oha, wie die einfach aus dem Schatten kommen, weißt du? Okay. 5. Erhöhe die Kombozähler, indem du dein nächstes Ziel angreifst, ohne Schaden zu erleiden. Ups. Okay, versuchen wir's mal. Ähm. Zack, zack, zack. Ah, shit. Oh, Gott. Guck mal hier. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Oh, mein Gott. Boah, ich muss aufpassen auf meine Einrichtung hier. Nachher nicht, dass hier alles zerdeppert vor lauter Action. Boah, geil. So, Freunde, jetzt hab ich geübt. Jetzt zu euch. Bam. Okay, okay. Konzentration. Oh, Gott. Yes. Okay, die beiden hätten wir. Das muss ich auf jeden Fall noch mehr üben. Oh, Gott. Und Finishing. Oh, das gibt's doch nicht. So. Boah, was hält der denn aus? Ah, Moment, jetzt hab ich's gecheckt. Du musst im richtigen Moment auch gucken, was die Falltasse sagt. So. Boah, Freunde. Das geht aber gut ab, sag ich euch. Holy Crap. Okay, Champ Storage. Warte mal ganz kurz. Von da oben sind wir gekommen. Moment, er sagt eh gerade, guck mal auf die Karte. Wir können, das sieht aber nach Sackgasse hier aus. Ach, guck mal, hier war am Anfang der Weg, der zu war. Wir müssen hier rechts lang, aber komm, wir gucken uns einmal kurz hier um. Das war nämlich die Tür, die da am Anfang zugemacht hat, wenn ich mich nicht täusche. Von da sind wir gekommen am Anfang des Spiels. Wisst ihr, was ich meine? Okay, alles klar. Ich bin echt außer Atem gerade ein bisschen. So, einmal hier hoch. Ach, guck mal, das nächste Rätsel. Wo haben wir denn? Haben wir hier irgendwo? Ah, Moment. So, jetzt hier drunter durch. Hier den richtigen Moment abpassen. Aha, da haben wir es. Und da ist das nächste Radio. Einmal rausreißen. Und das Gas abstellen. Ey, finde ich richtig nice, dass die so Minispiele eingebaut haben. Dann ist es halt nicht nur so linear. Weißt du, was ich meine? Dann kann man auch so ein bisschen exploren und gucken. Das ist cool. Einmal hier runter. Tür geht auf. So, warte mal. Hier müssen wir lang. Boah, ich bin so ready. Komm schon. Können wir eigentlich... Nein, kann man nicht. Wir sind Ratten. Oh, warte mal. Da kommt eine Propaganda-Durchsage ans Ratten-Team. Die Polizei hingegen fürchtet alles. Okay, Tür ist abgeschlossen. Von innen verschlossen. Es muss einen anderen Weg geben. Durchs Fenster wahrscheinlich. Ich kann den... Achso, warte mal. Oh Gott. Hier, pass mal auf jetzt. Zack. Wuhu. So, und jetzt ausschalten. Und BAM in your face. Yes. Okay, Schläckerei incoming. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ups. Oh, meine Green Wall. Shit. Das meine ich. Ich muss aufpassen, wo ich hier stehe und wo ich hier hinschlage. Block in your face. Zack. Von links. Oh Gott. Links. Yes. Oh, das gibt's doch nicht. Man muss echt genau treffen. Du siehst, das war der falsche Arm. Rechts. Nochmal rechts. Linker Uppercut. Oh fuck, hätte ich ihn finishen können. Oh yes, baby. Get down. Und Bein brechen. Oh fuck. Holy crap, habt ihr das gesehen? Das solltest du einem Arzt untersuchen lassen, Kumpel. Wer die angreift, die nichts haben, löst gar nichts. Du schlägst nach unten, wir erheben uns. Alles klar, wenn du was sagst. So, jetzt können wir da oben zur Tür, können wir eigentlich die Cops hier retten. Jungs, geht's euch gut? Ist alles in Ordnung? Ich bin jetzt hier, ich klär das jetzt. Und wie es aussieht, kann ich euch nicht mal los. Doch, kann ich. Gern geschehen. Boah, dich haben sie aber übel zugerichtet, Kumpel. Danke. Es gibt noch zwei weitere gute Officers, Pat and Mark. Sie sind nicht zu übersehen. Peter genug Mumm für alle Ratten zusammen. Ich werde sie finden. Ah, okay. Find Officer Pat and Mark. Okay, warte mal, gucken wir mal kurz auf die Karte. So, wo sind die denn? Ach, irgendwo, boah, krass. Irgendwo da hinten. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? So, aus dem Bauch raus würde ich sagen, den Weg. Straight hier und dann rechts rüber. So, warte mal, das bedeutet, wo stehen wir denn gerade? Jetzt drehe ich mich mal um. Gucken wir nochmal. Hier rechts lang, da hoch. Alles klar, und Abfahrt. Vorwärtsklicken, Rennen und Springen. Hep. Oh, geil, Mann. Und das nächste Statue. Okay, so langsam finde ich mich ein, Freunde. Und ich sage es euch, wie es ist. Das Warten hat sich gelohnt. Eine absolute Kaufempfehlung. Vorwärtsmantel. Wetterang. Okay, warte mal. Zack. Und da hoch. Leute. Zack. 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 Bam. 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 Ich hau die Scheiße raus. Okay, wow, einfach mit so einem Sprung. Schlag. Also ihr seht schon, man muss einfach nur genau darauf achten. Links, rechts, geradeaus. Finishing. Bam. 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 B. Bzw. Tret in your face. Boah. Freunde, euch habe ich es mal gezeigt, ey. Boah, ich bin auch komplett aus der Atem. Oh, Detective Vision warte mal ganz kurz so, sorry okay, Detective Vision, gucken wir mal Controller an den Kopf und okay, wir müssen das Tor öffnen, indem wir den Schalter finden okay, das war jetzt easy, aber das wird bestimmt noch komplizierter okay warte mal bestimmt da oben ja, das sieht gut aus okay, da ist der erste Officer Befehl von deinem König, wie gesagt, ich war es nicht lasst ihn äh, das ist doch ein Officer, wieso ich hab einfach den was für Danke was für Danke, Kumpel battering in your face battering in your face und klatsch rück Steger zum Rücken okay okay, warte mal gucken, ob wir hier kein Collectible verpassen die verstecken sich ja schon mal gerne irgendwo in den Ecken hier was sind das für Kojen hier, so mit Anschnallgurt ist das die Kajüte von denen oder was we all were here crown so, warte mal steckt hier noch eins hinter nein okay, gucken wir mal, was kommt als nächstes Lüftung finde ich übrigens nice, dass du hier einfach mit A hochfliegen kannst oder halt je nachdem, auch wenn du willst, Leiter klettern ich bevorzuge natürlich diesen Weg Ratten kennen oh, keiner das war zu schnell können wir nochmal scannen aber hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen wo sind wir hier, im weißen Haus oder was also beziehungsweise im weißen Haus von Goffem ah, da ist die nächste Statue sauber, hätten wir Rattenkönigsstatue okay, Freunde willkommen zu Batman Arkham Shadows schön, dass ihr draußen mit dabei seid geil, Mann okay, Freunde ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt um hier einen kleinen Cut zu machen wie immer, gönnt ihr mir gönne ich euch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin und tschüss